Die Zerstörung von Lordaeron In der Zwischenzeit hat in Lordaeron die brennende Legion mit ihrer Invasion begonnen. Die Zerstörung von Lordaeron Die Zerstörung von Lordaeron Die Zerstörung von Lordaeron Und ihr gehört mir, Manoroth. Ihr tätet gut daran, das nicht zu vergessen. Wir werden die abtrünnigen Orks beobachten und abwarten. Sie könnten uns trotz ihres Versagens noch nützlich sein. Die Zerstörung von Lordaeron Die Zerstörung von Lordaeron